63 TPS Genauso viel wie das Kurzstrecken-Ding des Bummens da Also, unsere zweite Fernkampfwaffe Das behalte ich Und schaut euch mal den Rollstuhl an Cool, oder? Gina, Jake ist ziemlich schwer verletzt, aber ich müsste ihn zurück zum MCD bringen können Sag DeSoto, dass er kommt Verstanden Lauf Wenn er will, kann er sich ganz gut bewegen Und mir dazwischenreden auch Äh, oh Vorbeigelaufen Wo wollen wir hin? Eins der MedCenter Einige von uns benutzen es als Operationsbasis Hat es sonst noch einer geschafft? Vargas? Smolko? Ich war mit Vargas in Kontakt Aber mehr nicht Von den anderen gar nichts Unglaublich Los, gehen wir Jetzt kannst du mir zur Abwechslung mal folgen Schauen wir noch kurz, was wir hier finden Hier entlang Ja, gleich Das hätte ich sonst vergessen Diese Napalmwaffe ist ein hübsches Upgrade für Harvey Das wäre doch schlimm gewesen Also, wir hätten eine Napalmwaffe Wie geil ist das denn? Allerdings muss er dann komplett in Nahkampf Aber das war von vornherein schon Geplant Ich meine, wenn er drauf geht Ist zwar doof, aber Naja, besser als ich Hm Wo ist unser Rollstuhlmann da? Gut Ist ja alles ziemlich schnell zum Teufel gegangen Was? Und ich bezweifle, dass es bald besser wird Als wären die Aliens nicht schon schlimm genug Haben wir es jetzt auch noch mit diesen mörderischen Cyborgs zu tun Ärgert mich immer noch, dass dieses Alien mich überrumpelt hat So blöd kann ich doch gar nicht sein Im MCD ist ein kybernetischer Chirurg Vielleicht kann er sie zusammenflicken Diese Typen sind Scharlatane Wenn sie irgendwo noch mehr Ärzte sehen, sagen sie es mir Ansonsten denke ich, ist er auf lange Sicht unsere einzige Option Ja So ein paar kybernetische Beine Ist da auch was wert Waren wir hier schon? Ich bin mir gerade unsicher Auf jeden Fall umrüsten Also Eine Menge mehr Schaden Feuert ein Fächer Super Ärzte nach beim Kugeln Cool Und ich denke du Bekommst jetzt ein bisschen mehr Gesundheit Und ein bisschen Rüstung Das soll ja nicht gleich drauf gehen Aber hier Ah, das kommt mir bekannt vor Hier waren wir schon Gut Also kannst weiter gehen Ich bring dich hier raus, Kumpel Stimmt ja, wir sind immer noch in dem Mad Center Okay Und der weiß komischerweise genau, wo es lang geht Naja gut, ist ja ausgeschildert Aber trotzdem Ich meine, ich verlaufe mich jetzt auch trotzdem Immer noch Ah, ich sag's ja Andere Seite Doc Doc Mein Kumpel ist ziemlich schwer verletzt Können Sie ihm helfen? Das weiß ich erst, wenn ich ihn untersucht habe Und das kann dauern Schließlich lässt diese Krankenstation Wenn man sie überhaupt so nennen kann Einiges zu wünschen übrig Machen Sie einfach, Doc Und halten Sie mich über seinen Zustand auf dem Laufenden Seth Ich habe eine Notsignalschleife In das Kommunikationsnetzwerk des Schiffes hochgeladen Es sagt den Menschen, dass sie ins MCD kommen sollen Aber da ist ein Problem im Transitsystem Ein Teil davon ist offline Auch wenn jemand die Botschaft hört Wird er nicht hierher kommen können Genau Dies ist der Abschnitt, der offline ist Das kann jeder reparieren Aber die Türen, die in diesen Bereich führen Sind fest verschlossen Und keiner von uns kann sie öffnen Warten Sie Ich glaube, ich habe einen gefunden, der helfen kann Frank Murphy Einen der Schiffsmechaniker Er ist irgendwo in der Lebenserhaltung Ich kümmere mich drum Okay Wieder woanders hin So Wieder Fertigkeiten Wir könnten Mal schauen, was wir hier kriegen Wenn wir hier 5 Punkte irgendwo reinstecken Betäubungsbombe Vermittelt Betäubungsbombe Betäubt und beschädigt alle Feinde innerhalb des Sprengradius Bombendrohne Okay Vermittelt Bombendrohnen Aktiviert eine Robotikdrohne Die Feinde in der Nähe angreift Und dann explodiert Wobei sie allen Feinden innerhalb des Sprengradius Schaden zufügt Hört sich sehr nett an Ähm Können wir nicht schaden? Nein Ähm Verringert die Anzahl von Teilen Die zur Fertigung von Maschinenbaugeräten nötig ist um 10% Alla durch sie und HV verursachte Schaden erhöht sich um 2% Also theoretisch ist es ganz gut, wenn ich hier ein paar Punkte irgendwo rein drücke Und hier Naja Hm Aber mehr Gesundheit wäre auch gut Obwohl es reicht eigentlich mit dem Leben Granatenschaden Maximalgranaten HVs Rüstung Mh Feindgranaten Und kritische Treffer Rüstung Okay Oh, ich hab noch 2 Dann Machen wir das voll Dann kann ich bald die Bombendrohne Wenn ich hier noch einen Punkt reingesetzt habe Also beim nächsten Mal sozusagen So Und da kommt er schon Mit 2 sehr komisch anmutenden Gegenständen an der Hand Gut Das sieht aus, als ob wir gleich in den nächsten Bereich kommen Ja Lebenserhaltung Lebenserhaltung Abfall Okay Dann halt Abfall Aber Das machen wir nicht sofort Ich Hör auf für heute Bis bald Ciao 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 Bis bald были